Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die letzte Ever Art anzunehmen bei Unheilsflamme im Schattenhochland. An dieser Stelle in einer Höhle, Eingang ist hier, einfach durchlaufen bis ihr an dieser Position ankommt. Und ihr kommt normalerweise hier hin durch die Forquest. Forquest war, folgt den Jungen heim. Nehme ich die Quest an. Jetzt darf man hier ein bisschen abwarten. Und da kommt Obsidia. Wir könnten hier auch fliegen, wenn es sein müsste. Aber müssen wir nicht. Normalerweise wird Obsidia von Unheilsflamme gedenkt. Aber jetzt wird mein Bett die ganze Zeit spotten. Da wird es die ganze Zeit einfach bekommen. Einfach diesen Feuerflächen ausweichen. Die kündigen sich an durch so Feuergeizire. Hier da kommt noch eine Fläche. Ich halte mal ein bisschen ein Bett. Nun. Dann tue ich hier die kleinen Drachen fokussend. So. Und jetzt wieder Damage auf Obsidia. Jetzt sind wieder kleine Drachen da. Die kommen auch immer wieder. Ja, mein Bett spottet in meine Richtung. Super. Wieder Schatten of Obsidia. Bis sie besiegt ist. Weltmitglied was zwar sein auf dem Restlicht des Obsidianwalds im Schattenhochland. Okay, wie gesagt, ich will in diese Hölle kommen fliegen. Da oben wäre auch ein Ausgang, wie es aussieht. Ich fliege einfach hier in die Hölle entlang. Und dann bin ich auch schon gleich hier beim Ausgang. Sehr gut. Jetzt geht es in diese Richtung. Ich hoffe nicht allzu weit. Ne. Ist in der Nähe. West ist abzugeben bei Liva Strasa. Im Schattenhochland. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.